Heidi Klum schwärmt, Tom Kowlitz sieht nackt am besten aus. Sie kann sich an ihrem Liebsten gar nicht satt sehen. Seit Mai 2018 gehen Heidi Klum, 50, und Tom Kowlitz, 34, gemeinsam durchs Leben. Inzwischen sind die Germanys Next Topmodel-Jurorin und der Tokio Hotel-Gitarrist auch schon seit vier Jahren glücklich verheiratet. Egal, ob auf dem Red Carpet oder im Netz, die beiden tuteln, was das Zeug hält. Nun verrät Heidi, wie Tom ihr am besten gefällt. In einem exklusiven Interview mit Beeple plaudert die 50-Jährigen nun aus, warum sie von ihrem Ehemann nicht genug bekommt. Er sieht nackt definitiv am besten aus, schwärmt Heidi und fügt hinzu, ich liebe es sogar, wenn er ein bisschen pummelig ist, um ehrlich zu sein. Sie wollen nämlich niemanden an ihrer Seite, der sich den ganzen Tag über seine Muskeln Gedanken mache. Sein gutes Händchen in Sachen Liebe hat das Model scheinbar auch an seine Sprösslinge weitergegeben. Erst vor wenigen Tagen plauderte Heidi gegenüber Fox News Digital aus, dass ihre Kids sie noch nie um derartige Ratschläge bitten mussten. Meine Tochter Lenny hat ihren Freund schon seit vier Jahren und ich habe das Gefühl, dass es ihr ziemlich gut geht, erklärte sie stolz. Befehl Wie Untertitelung des ZDF für funk, 2017